Guck mal, lass mal noch ein paar raus hier. In Hoffnung, dass es nicht allzu voll wird. Hm, was ist das denn da? War. Eine Kugel. Wo viele Löwen können? Er hat Interesse hier. Ja, die Kinder. Eine Gazelle. Zum Spielen. Zum Jagdtrieb aus Leben. Sowas ist natürlich in Ria Insou's nicht erlaubt. Da darf nicht mal Leder, da darf kein Lebensfutter vergeben werden. Außer bei Tieren, wo es nicht anders geht. Zum Beispiel Schlangen. Die nehmen ja keine toten Tiere. Die müssen alle so cool bleiben hier. Na? Hey. Aber das sieht schön aus. Ja. Schleicht sich an. Und? Ganze laut ab. Nichts will hinterher. Okay. Erstmal anbrüllen. Und hinterher setzen. Und die Gazelle sucht es weiter. Weiß ich gar nicht. Sieht ganz gut aus hier. Hey, hey, hey. Mach ruhig da hinten. Ja, äh. Da hat die Gazelle dich wohl gelingt. Echi, betchi. Na komm, miche. Mach, mach sie alle. Gips ihr. Jawohl. In die Ecke gedrängt. Jawohl. Ja, hallo, 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 Hitler. Es ist gut. Wir lassen sie mal leben. Und ich gebe euch was zu fressen. Ich gebe euch ein bisschen Fleisch hier. So. Hier. Happy, happy. Das hätten dann die Besucher wieder nicht so toll gefunden. Wenn vor deren Augen eine Gazelle erlegt wird. Das finde ich nicht so lustig. Obwohl es ja was ganz Natürliches ist. Genauso wie sie sich aufregen, wenn die Tiere sterben. Mö, toll. Was denken die? Spiele, die leben ewig? Also. Da geht es ja mal wieder ein bisschen flöten. Mit dem. Mit der Realität. Ah, schon haben wir auch einen schönen Tiger hier. Dann können wir schon mal. Oh, wir haben Geld. Wir haben Geld. Ich werde verrückt. Das ist ja selten. Das Geld werden wir gleich nutzen. Solange es noch da ist. Das hat ja immer hier irgendwie die Eigenschaft, hier so schnell zu verschwinden. Wo man kaum was macht. So. Ein kleiner Teich zum Schwimmen. So. Eine schöne Hütte. Äh, da. Für den Herrn Tiger. Ah, Tiger kriegt auch einen Kratzbaum. Und eine Beutetierpuppe. Standardspielzeug für Großgatzen. Und ein paar Bäumchen. Wir können jetzt im asiatischen Bereich... Äh, da kommen ja auch nur asiatische Bäume hier hin. Ach, ich will jetzt mal einen großen Stein hier hinstellen. Ja, genau, bevor ich keinen Platz mehr habe. Versetzen wir mal den Kratzbaum. Die Palme kommt auch mal woanders hin. Ne, 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 keine Gebirgsfelden, bitte. Wir sind nicht im Gebirge. Wir sind immer noch im Regenwald. So, das nehmen wir noch.